Stell dir vor, du hättest Sex auf deinen Jungs abschied und du findest dann heraus, nachdem ihr verheiratet seid, nach zwei Jahren, durch ein Video, dass deine Frau auch mit jemandem Sex hatte. Wie würdest du reagieren? Das ist krass. Ihr habt beide den gleichen Einfall gehabt. Aber weiß sie, dass ich das weiß von ihr? Ja, es kommt dann raus, ja. Und ich weiß das von ihr, aber sie weiß nicht von mir. Ja. Würdest du ihr verzeihen? Ja, natürlich, ich müsste ihr verzeihen. Letztendlich, ich hab ja auch die gleiche Scheiße gebaut. Würdest du dann auch sagen, ja, ich brauch... Nein, oder? Aber da hab ich's ja auch, also ich hab's ja dann verheimlicht, die ganze Zeit. Und sie ja auch. Beide haben den Fehler gemacht. Aber die Sache ist, wäre ihr es ja nicht rausgekommen, hätte ich ja meins auch nicht gesagt. Das heißt, ja, da würde ich... Also, hört sich scheiße an, aber ja, eigene Schuld, du bist dumm. Aber...